hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen video. ja immer wenn man die kamera raus packt, kommt ein auto. diesmal war es moped auch wurscht. warm ist es heute. ja die soße läuft. so ist es. heute geht übrigens mal wieder der nico hinterher. also ich werde voraus fahren und könnt ihr euch mal anschauen. ich bin immer hinterher. ob er dran bleiben kann. aber vermutlich schon. ich glaube der wird mich wieder ordentlich den trail runter scheuen. bist du bereit? klar. und schwimmen wir heute noch mal eine runde? ja egal welche opfer man nimmt. man sieht immer mega gut über das meer. und das hat schon was. es wird aber kein meer. ich will mal weg. so nochmal. juhu. ich übe jetzt. kamera ein und aus klicken. weil das klappt nicht immer. da habe ich schon ausgelacht heute. der autofahrer auch. was sagt ihr eigentlich zu nikos hose? das ist mal eine andere. und die ist bisschen kürzer. kömmelchen mit mortadella. direkt vom supermarkt, die bei der autofahrt. und dann hieß es wieder strampeln strampeln strampeln. wir fahren mitten durch die baustelle. es war aber keine absicht. oh mein gott. Wow, du machst die Baustelle durch, ist hier wieder alles ganz idyllisch. Die Antwort auf die Frage, ob es heute warm ist. Mich hat er übrigens auch schon zum Opfer gemerkt. Ich hab ja meine Brille an. Das ist doch ekelig. Oh, es reicht. Ihr wisst auch, wem ich kein Trinken abgeben werde. Nein. Na Prinzessin, geht's dir jetzt wieder besser? Ess mal ein Snickers, du wirst schon wieder zur Diebe. Ist das nett, ja oder nein? Können wir jetzt endlich weiter? Jawohl, ich weiß noch nicht. Ja, dann rakel an. Auf los geht's los. Ich bin ein paar Tage darüber. Ja. Und ihr habt das, was ich da? Ja. 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 Das war's für heute. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wer will mir Schwimmen beibringen? Bitte in die Kommentare!